Meine Damen und Herren, eine Welt ohne Ballsport kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ein lauter Aufschrei. Wo sind meine salzigen, haarigen Bälle, die ich mir jeden Morgen genüsslich in den Mund schieben kann? Wo bleiben die? Kreis, beantworte bitte diese Frage. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo du all deine Bällchen reinschiebst und sammelst. Leute wollen mehr Bälle. Sie wollen saugen. Sie wollen lutschen. Sie wollen das vaporisierende Gefühl, bevor der Bonji rauskommt. Ich weiß immer noch nicht, welchen Felsblock ich mitnehme. Welchen Sponji nehme ich mit? Bonji, Sponji. Also heute machen wir wieder Überraschung Sponji, oder was? Heute ist alles wieder Surprise, Surprise, Surprise. Eine wilde Überraschungsfahrt von der Lüste. Dann nehme ich den hier. Ich glaube, ich nehme den. Dann natürlich die klassischen... Man muss die Klassiker immer mitnehmen, ist ja wohl klar. Ja, die klassischen Gerätschaften müssen dabei sein. Ohne Klassiko, Multiko geht ja da gar nichts. Dann brauche ich hier noch so ein paar mittlere Einheiten. Ich glaube, man muss hier sehr stark streuen. Ich glaube, ich mache so eine Mischung hier. Ich glaube, ich habe hier so ein nettes, kleines Sammelsurium. Ah, hat er, hat er. Von bösartigen Einheiten. Hier fies in die Fresse spritzen. Der fiese Spritzmeister. Fies in die Fresse. Ganz fies. So, heute mache ich mal ohne Goldmine. Hier ist unfair. Ohne Goldmine. Baut er sich was, hm? Das ist ja mutig. No Gold. Golden Boy bin ich. Der Golden Boy mit seinem Golden Toy. Das ist fies. Ich weiß gar nicht, ob man das so machen darf. Ich weiß es auch nicht. Kann man hier überhaupt... Ach, geht das? Gar nicht. Ist das legal? Ist das legal, sowas hier zu machen? Ich werde jetzt ein bisschen verunsichert. So. Weiß nicht, ob man sowas überhaupt wirklich... Es könnte gegen einige Gesetze verstoßen. Könnte. Ich bin jetzt echt nicht sicher, ob man sowas darf. Ja, es ist halt immer dasselbe mit dir. Ich fühle mich da jetzt irgendwie so ein bisschen wie ein Straftäter, weißt du? Ach so. Ich will was Illegales machen. Ich gehe noch einen hin. Dann bin ich eigentlich ein bisschen... Das ist schon... Naja, werden wir sehen, ne? Werden wir sehen. Wer zuerst rollt. Du rollst wieder zuerst. Ist doch klar. Aber Host-Vorteil. Host-Vorteil? Ja, natürlich. Sagt der Mann, der mit allen DLCs gewaschen ist. Die Leute donaten schon. Sagen, hier, du brauchst mehr Boulder-DLC-Kreis. Ja, siehst du. Das ist ein ganzer Unterstützer. Alter. Warum? Normalerweise darf jeder... Normalerweise rolle ich doch als erstes, sagt er. Normalerweise darf immer jeder gleich bouldern. Ja, du hast wahrscheinlich wieder einen Lavaball. Ja, ich habe... Ja, sicher hat er den Lavaball. Bei Schnee ist er auch schwächer. Die doppelte Scham, die konnte er nicht ertragen. Bei Schnee ist der Lavaball doch viel schwächer. Nein. Ja, natürlich. Nein. Klar, hörst du doch, wie er abgezischt wird. Der hat dieselben... Guck mal, ich komme gar nicht durch. Siehst du? Schnee. So geslowed durch diesen Snow-Effekt. Alter, was macht er hier? Er kürzt einfach ab. Er ignoriert alles. Er ignoriert alles, was da ist. Ich habe noch einen kleinen Bonos. Bam, ach, der Bonos ist zu langsam für mich. Boah. Ich habe auch ein Bonusschiff aufgestellt, aber an einer anderen Stelle. Oh, ich komme nicht durch. Guck dir das an. Alter, guck dir den Mann an da. Alter, kommst du nicht weg? Hast aber Glück gehabt, dass die dich noch da in Ruhe gelassen haben. Ey, kommst du nicht weg? Das bittet dich. Bam, bam. Ey, meine Katapulte zerschießen. Mein eigenes Feuerwerk. Kommst du nicht weg? Guck mal, ich komme nicht durch. Ey, mach da doch nicht alles kaputt. Ich komme ja auch nicht durch. Guck dir das an. Ey, die haben doch normalerweise einen Cooldown. Fast Cooldown. Cool Frown habe ich. Wahnsinn. Ich muss hier alles wieder neu aufbauen. Jetzt fahr mal da weg. Ich komme nicht durch. Fahr doch mal da weg. Ich komme nicht durch. Eintreffer noch. Luftschiff. Ja. Ja. Wahnsinn. 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 Ich habe keinen Schaden gemacht. Alter, ist das krass. Ich hätte die ganze Zeit schon bauen können. Aber ich habe mich ablenken lassen, weil ich dich eigentlich zerstören wollte. Hat sich gar nicht gelohnt, jetzt hier rum zu warten. Ich hätte aber auch wirklich gar keine Chance. Ich konnte nicht durchrollen. Es ist doch nicht zum Rollen gedacht hier. Jetzt habe ich eigentlich nur eine letzte Methode, weil jetzt braucht ja mein Ball auch ewig lang. Braucht ja auch ewig lang, bis jetzt gebaut ist. Alter, und er kommt hier mit seinem Gold-Boulder. Der Gold-Boulder. Oh. Warte, ich will noch ein bisschen was von deinem Adel rasieren. Alter, er war noch voll drin im Ring. Ach, der war nicht drin im Ring. Er war drin im Ring. No Ring. Oh, wie er hier abkürzt. Wie er hier abkürzt. Alter, er nimmt keinen Schaden. War sie immun. Globoli. El Globolo. El Globolo. Was sind das hier für Winde? Korriert, alles. Alles, alles. Komm schon, keep him. Keep him. Die machen aber hier schon Damarsch, ne? Alter, wir hier einfach drüber. Alter, er stomp mich. Oh, jetzt bin ich kaputt. Ja. Alter. Boah. Cheater. So ein Cheat-Girl, Alter. Junge, Junge. Der Adel, hier. Scheiß ich drauf. Wie er hier versucht mit allen, mit allen Dirty Tricolons, ne? Mit allen Mauern der Gerechtigkeit. Wo ist er? Wo ist er? Links, rechts, ne? Oh, was? Der war im Brei, der war im Kreis. Ey, war gar nicht. Boah. Was für ein Inferno. Alter, was? Nicht möglich. Ah! Ha 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 ha. Guck mal, ich... Ain't nobody got time for that. Komm mir nicht mal durch. Nein. Was macht er denn da? Er ist ja immer noch nicht in der Wand. Ich will Speed, aber... Kein Speed. Gibt's nicht. Ich habe überhaupt gar keine Geschwindigkeit bekommen. Da, 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 da. He's rolling again. He's rolling again. So, rollen wir mal hier außen rum. Naja, roll ruhig. Roll ruhig, mein Junge. Es ist so ein bisschen die eisige Oberfläche, die einen halt hier extrem stark aufhält. Alter, wie heftig ist das? Er kann das einfach komplett ignorieren. Scheiße! Guckt euch das an. Guckt euch das an. Wo rollt ihr denn hin? Hyper Fastball. Hyper Fastball DLC. Klarer Einsatz von Hyper Fastball DLC. Keiner bremst ihn. Keiner bremst ihn. Alter, Wahnsinn. Richtig reingepresst in den Lümmel hier. Schön. Schön, schön, schön. Wahnsinn. Dass meine Einheiten eigentlich gar nicht auf diesen Ball reagieren, ne? Echt krass. Heftig. Als ob alles reagiert hier. Easy, cheesy. Eigentlich hast du es richtig leicht. Heftig. Ich bin geradezu ein Magnet für seine Projektile. Er baut dann wahrscheinlich schon wieder irgendeine Todesfleischfabrik. Naja, geht so. Oh, was? Alter. Er hat sich gar nicht bewegen. Ausgesprungen. La, la, la. Uh, der Blitzebomb. Boah. Ah, der Kanonenprinz. Ja, mehr. Wahl. Boah. Buckt ihn aus. Alter, ich komm nicht durch. Alter, Verteidigungsstufe 1000, Junge. Da. Rammt ihn doch. Lass ihn doch nicht da vorbei. Weißt du, wie teuer das war? Und du gehst da einfach dran vorbei. Boom. Ey, das war mega teuer. Und er macht das kaputt. Aha. Komm jetzt. Luftschiff. Ja. Was? Alter, heftig. Oh, la, 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 la. Krass. Boul da, Boul da, Boul da, Boul da. Guck mal, ich kann hier nicht mal irgendwie was Bremsendes bauen. Ja, weil da alles schon steht. F. Tickst. Muss denn hier irgendwie ausbremsen. Ja, siehst du, nach meiner großen... Komm schon. Testphase. Guck mal, die treffen gar nicht richtig. Natürlich treffen die. Helft dich? Ich kann mich doch gar nicht bewegen. Kann das sein? Jetzt mach den doch mal da raus. Alter. Meine Güte. Ey, der war noch nicht mal raus. Der war noch nicht mal draußen hier. Roll doch, Bengel. Vergib ihm doch. Oh nein. Verstört ihn. Wie kann der denn noch leben? Ich weiß auch nicht. Weiß nicht, was hier vor sich geht. Bouldert doch da mal richtig rein. Ah. Für was bezahle ich meine Luftschiffe? Der wertlose Haufen. Nein. Oh nee. Ey, das gibt es nicht. Ich bin echt noch ins Wasser gefallen. Jetzt kriege ich hier die Schüsse der glorreichen Unbefriedigung. Komm, das ist doch nur noch ein kleiner Punch. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ey, Alter. Ich war 10 Zentimeter vor deiner bekackten Scheißtür. Ey, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ey. Ey, das kann nicht die Wahrheit sein. Was veranstaltest du hier, Junge? Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht möglich. Ich bin in der Tür. War nicht drin. Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt baue ich hier den dümmsten Scheiß überhaupt. Ach komm, stell es da hin. Das kann schon schief gehen. Hier rum oder hier rum gehen. Bootet den doch ab, ihr Unnötigen. Jetzt habe ich davon schon zu viel, aber ich habe noch Geld. Was mache ich damit? Ah, ich habe nichts mehr. Oh Mann, er ist schon wieder am Rollen. Oh Mann, er ist schon wieder am Rollen. Ich hätte schon vor einer Minute rollen können, aber ich dachte, ich baue jetzt noch ein bisschen Verteidigung auf. Komm schon. Weil du nie genau weißt, was passiert. Hits? You never know. Oh. Ich muss Zeit chinten. Alter, hier vorne, das reagiert einfach alles. Natürlich, guck mal, wie es hier alles ankommt. Das reagiert gar nicht wirklich. Das ist so ein Laberkopf. Das ist nicht genug. Das ist wirklich. Komm schon, Bulle. Das reagiert alles gar nicht. Ich stehe hier still. Was ist das? Komisch. Mit der Bulle. Komisch, das ist alles gar nicht. Das ist doch fertig. Das ist alles gar nicht funktioniert. Das habe ich so doch alles gar nicht installiert. Kaputt. Krass. Krass, Alter. Komm schon. Krass. Oh Gott, diese Spannung. Was hat er da hinten, woanders aufgebaut, Leute? Ich meine, der Mann hat viel Geld. Naja, eigentlich habe ich kein Geld mehr. Allgemein bekannt. Dass er sehr reich ist. Darf jetzt so wenig Schaden wie möglich. Ja. Oh Gott. Ja. Zeit Schinderitis. Zeit Schinderitis. Ey, dieser Bulle. Es gibt's nicht. Alter, es gibt's nicht. Macht ihn kaputt. Komm nicht durch. Ich kann mich nicht mal bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe keine Übersicht, weil ich leider auf meinem... Kann mich nicht bewegen. Weil ich bei meinem Überwachungsmonitor leider nichts sehen kann. Alter. Lebst du noch? Bist kaputt gegangen. Nein, ich bin kaputt. Komm nicht durch. Alter. Ey, ey. Alter. Haut ihn doch mehr. Hier kommst du nicht durch. Hier kommst du nicht durch. Der Zigge die Zig. Du musst den Zigge die Zig machen. Komm schon. Haut ihn raus. Alter, er rannt mich hier noch. Haut ihn doch raus. Alter, du kommst hier nicht durch. Ja. Ja. Kaputt. Ich bin wieder kaputt. Ja. Ist er kaputt? Er steht noch. Ja, aber jetzt. Ein Treffer noch. Bumm. Ende. Gott. Ich hasse dieses Spiel. Warum kann ich hier nichts bauen? Betrug. Betrug. Ich wittere Betrug. Kein Betrug. Mir ist Betrug. Hä? Ich bin hier in so einem Kameramodus, aus dem ich nicht rauskomme. So. Oh, dieser Pisswahl. Ey, diese Kanonen. Was? Wie viele Bullen sind das denn? Oh, come on. Ey. Ich komm nicht weg. Ich komm nicht weg. Unglaublich. Es ist unglaublich. Aber du hast dir jetzt einen mega Vorteil gesichert, den ich nicht hab. Du hast nämlich das ganze Zeug unten kaputt gemacht. Und das ist mega approve. Win-Approvement-Strategies. Du hast einfach hier schon... Doch hab ich mich gewinnt. Komm schon. Loat dich doch. Reagiert doch. Hä? Ich kleb auf einem Bullen. Ich bin irgendwie im Bullen gebackt, Alter. Hä? Wo ist der? Ach, hier vorne. Ich hab nicht mal gesehen, wo du bist gerade. Okay. Alter, du machst nichts. Du machst hier nichts. Fluch. Ich komm da auch nicht durch. Ich will ja nicht durchkommen. Ey, eine kleine Ohrfeige. Eine kleine Ohrfeige. Ja, aber du bist jetzt quasi... Du hast ja unten alles zerstört. Ah, aber nicht genug wahrscheinlich. Und du baust jetzt schon wieder. Ja, gut, aber... Oh Gott, was ist das für eine Runde? Was ist das für eine Runde? Guck dir das an! Ja, ihr kannst... Ich kann ihn nicht mal aufhalten, richtig. Alter, was hab ich da hinten gerade... Er zerstört alles hier. Hier, die Stelle ist das Mieseste. Haut ihn doch da raus, Leute. Oh nein. Nein, nein! Okay, okay, okay. Es ist noch nichts. Oh Gott. Der kriegt gar kein Damage von dem Ding. Überhaupt nichts. So unfair. Oh nein! Oh Gott! Er fällt wieder ins Wasser. Er fällt wieder ins Wasser. Guck mal, wie er schon darauf wartet, dass ich hier bin. Ja, muss ich ja. Komm ja nicht mal rüber. Unglaublich. Wo ist er denn? Ey, das gibt's nicht! Was? Alter, da hat er sich durchgecheatet. Richtig durch... Komm schon! Oh, Buh! Ja! Ich hab mich durchgejumpt! Boah, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ey! Ey, du hattest mega Glück, dass du... Ey, ohne Scheiß jetzt am Ende... Oh mein Gott! Ey, am Ende hattest du mega Glück, dass du genau unter dem Torbogen warst, weil von oben kam jetzt noch von dem Luftschiff die Bombe und die hätte dich zerstört. Moment, aber... Weißt du, was geil ist an dem Ball? Du kannst, wenn du zerschränkst, noch Damage machen. Nein, nein, du machst noch Damage. Wahrscheinlich hätte meine Brocken, weil ich hab letztens, wo ich... Also, in der ersten Runde, wo ich getroffen wurde, bin ich vor deinem Tor zersprungen. Die Brocken haben noch 50 Schaden gemacht. Alter, ich schwitz, ich zitter, ich bin... Ich schwitz, ich zitter... Okay, no Feuerballen. Machen wir einfach no Feuerballen. Ich bin... Ich bin gerade wirklich total fertig. Ich... Ich bin wirklich fertig gerade. Ah, schön. Das ist ein schönes Spiel. Alter, das... Ich... Ich kann meine Hose wechseln jetzt. Ich bin durch mit dem Leben. Aber ich weiß gar nicht, was... Was bei der Map geil ist, weiß ich so noch gar nicht. Ich kann mich auch nicht mehr so wirklich genau daran erinnern, was man hier direkt gewählt hat. Was ist hier eigentlich gut vor... Ey, wie war das hier nochmal? Boah. Hier kann man bauen. Kann man eigentlich... Hier so bauen. Versuch mal was Neues. Ich versuch mal was Neues. Auf Ehre. Auf Ehre. Mach mal so ein... So ein Ehrenmove. Da. Entweder das ist totaler Crap oder nicht. Ich weiß noch nicht. Aber das war eine Runde, ne? Boah, das war krass, ey. Weil ich dachte wirklich, ich krieg dich immer wieder down. Ich dachte wirklich, ich muss zerstören. Das ist der einzige Weg. Ich muss die Defense aushebeln. Du hast zu sehr versucht, dran vorbeizukommen. Hättest du meine Defense zerlegt, wärst du, glaube ich, schneller durchgekommen. Ja, das ist mir aber erst später gekommen. Das wäre ich... Hätte ich in einer von den ersten Runden quasi einfach alles kaputt geschlagen, hätte ich auf jeden Fall einen Vorteil rausholen können. Den hab ich aber verpasst. Aber gut, so ist das halt, ne? So, hier hab ich vor dem Ziel, hab ich jetzt gar nichts stehen. Alter, lecko mio. Ich hab keine Zielverteidigung diesmal. Ich setz diesmal auf einen Traditionsball. Ah, die gute alte Balltradition. Den gleichen, ne. Oder? Ne. Ah, er hat schon wieder diesen ekelhaften Planeten genommen. Hier trau ich mich auch gar nicht, diese ganzen Hütten an der Seite zu zerlegen. Ne, weil du direkt rausfliegst. Ja, weil du da ab und zu direkt rausfliegst. Da kommt schon die erste ekelhafte Bridge. Alter, wie meiner backbounce bei der Bridge. Der Bridge-Bounce bei dem, ja, ja. Der Sprung ist krass. Da hat er schon fiese Sachen gebaut. Oh mein Gott! So viel Budget hat meiner gar nicht. Klar hast du Budget. Guck mal da, alter, was steht denn da rum? Ja, nix. Ah! Ja, und natürlich wieder das, das Last Luftschiff. The Last Airbending Supership. Alter, ich komm hier nicht weg. Alter, diese Kanonen, fies. Hier stehst du still, Junge, hier. Diese Kanonen, einfach nur fies, Leute. Aber nur fies, guck mal, da seh ich dich sogar. Hi. Hallo. Alles gut bei dir? Alles easy? Weil dieses Drecks Luftschiff halt einfach am Ende ist. Was? Wie wenig Schaden ich mach. Ja, du warst auch jetzt nicht mehr unbedingt Strongman, ne? Du bist hier getroffen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-la-la-la-la-la. Gar nicht, wie ich das hier angehen soll. Das weiß niemand so genau. Wirklich niemand so genau. Ich hab schon wieder kein Geld mehr. Komm schon. Neue Taktik ist Mucho Expenso. Mucho Expenso? Mucho Expenso, le Taktico. Oh, le Takti. Le Takti. Aber Mann, hier könnte man so geil eine Goldmine hinstellen, die man nicht kaputt machen kann, ne? Ja, so eine Unfairmine, ich weiß. Ja, das ist schon geil, ne? So eine Hackmine. Ich glaub, er benutzt die immer, ich seh das nur nicht. Benutzt die nie. Kannst reingucken. Naja, ich brauch mir deine Video- Du guckst ja immer, oh, da fährt er lang, ah, merk ich mir. Die Karte spiel mir zufällig auch beim nächsten Mal. Das ist schon komisch, ne? Den Feind analysieren ist ja wohl absolut legit. Ach ja. Es hat ja schon der große Cäsar gemacht. Ja klar, hätt's damals Twitter gegessen, ne? Dann hätte der... Ja. Er hätte Bruttos Tweets verfolgt. Na natürlich, wenn ich jetzt jemand wär, der Amerika den Krieg ansagen würde, ich würd erst mal lesen, was Trump so schreibt. Ach ja, was, ach, okay, geil, da bist du also. Endlich voll am Sack, sag ich dir. Würde mir ja alle seine Kampfstrategien twittern. Ey, diese... Diese Rotz... Diese Rotz-Bullen. Weißt du, wer spielt denn noch Bullen? Du setzt doch auch auf Bullen... Alter, nur auf Himmels-Bullen vor allen Dingen. Nur auf die riesigen. Versuch dir gerade hier mitzugeben. Ja, macht er ja auch. Extrem gut sogar. Oh! Mal, wie er sich da... Ja, naja, werf ich jetzt rein. Natürlich werf ich mich rein. Irgendwie musst du ja auch ein bisschen spare. Anstatt spare. Da hör ich's schon wieder. Ey, einen Meter davor, dieses... Absolut abgewrackte Kackteil. Geh doch mal endlich. Alter, wie viel Ghettoschaden der gemacht hat. Du hast ja richtig Ghettoschaden gemacht. War nicht ghetto genug. Aber schon... Alter, der hat alles zerlegt. Alles. Ja. Für was? Für meine Strats. Ein unfaires Spiel. Du hast doch auch einfach alles kaputt gemacht. Eben nicht. Okay, ich muss mich weiter hier auf meinen... Auf meinen Fokus Point... Fixieren. Irgendwie... Oh Gott. Oh Gott. Eigentlich gar keine Defense mehr, weil er alles zerlegt hat. Alles zerlegt. Wahrscheinlich krieg ich ihn mit dem nächsten Ding gar nicht kaputt. Weil dein Ball hält ja auch viel mehr aus als meiner. Na, du hast Strong Ball wieder. Nein, ich hab keinen Strong Ball. Deiner hält mehr aus, glaub ich. Na ja, bisschen. Deiner macht auch 220 Damage. Meiner nicht. Weißt du, du hast wieder so'n... Ja klar, du hast wieder so'n... I shot the Sheriff Move hingelegt. I shot the Harris, ey. Guck mal, da muss er wieder... Na? So kennt man ihn. Weil er genau weiß, wenn er dich jetzt nicht zerstört... ...der losen. Wenn du jetzt nicht klein kriegst, ich werd dich zerbowldern. Ja, das ist ja das Problem. Ah, gekriegt! Wird trotzdem durchrollen. Wenn ich dich... BOSS! Äh, wie was? Wo fliegt denn hin? Abbremsen. Ah, das ist jetzt die böse Ecke. Da seh ich ja schon sein... sein Pay-to-win-Content. Nein! Oh, wie er hier aber auch einfach durch... Wie er hier auch einfach durchfährt, so als gäb's kein Morgen. Guck mal, ich springe dagegen. Er reagiert nicht. Er reagiert... Ja, klar! Ja, aber you epic win wieder, würde ich sagen. Glaube ich nicht. Ja, diese Kanone kann nichts. Die Kanone kann nichts. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, easy. Oh. Easy win. Habt ihr einfach mehr Damage gemacht. Ja, ich hatte nicht die richtige Strat. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Wiedersehen!